WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hürdenhöhe gleich in der U18, U20 und bei der Frauen, weil Männer haben nur die Männer und die U20 gleich, die U18 hat eine andere Hürdenhöhe, aber hier ist alles gleich und gleich ist auch der Applaus, den ihr jetzt loslegen könnt, ganz immerhin, dass es wieder Melanie Böhm, die in Führung liegt, aus dem GVH, also Melanie Böhm, immer noch souverän in Führung, er tankt sich jetzt dort in die Kurve hinein, im kurzen Rückenweg, aber da geht der Schritt wieder und sich fein sei ganz überreden, ihn auch zu Ende zu bringen, kann nochmal beschleunigen, Männer wie Böhm, von L.G.M.K.A. Oh, hier hat gerade mal ein Ruf rum, wenn ich das gehört habe, wie das ist, aber dafür sind wir hier, gerade wenn der Hürdenhöhe zu Beginn der Saison, wenn man die Rhythmus hat.